Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Video, in dem ich euch heute die Polarisationsbrillen aus dem Hause Fisching Teckel Max vorstelle. Unser Sortiment umfasst 15 verschiedene Brillen in unterschiedlichen Farben. Die Brillen unterscheiden sich nicht nur in der Farbe des Gestells, sondern viel wichtiger in der Farbe der Gläser. Das Wichtigste bei einer Polbrille ist nicht das Gestell, sondern eher die Passform. Wie eben schon erwähnt, hat die Passform und nicht das Aussehen oberste Priorität. Damit seitlich kein Licht einfällt, welches die Sicht stören würde, muss die Brille eng anliegen. Braune Gläser sind geschaffen für schönes Wetter und grelles Licht. Gelbe Gläser zum Beispiel kommen bei schlechtem Wetter und in der Dämmerung zum Einsatz. Polbrillen mit grauen Gläsern sind allraunender für jedes Wetter und Licht. Tragt die Brille auch bei trübem Wetter. Sie schützt nicht nur vor Spiegelung auf dem Wasser, sondern auch vor verirrten Ködern und Haken. Praktisch ist, dass auch Brillenträger wie ich nicht auf Polbrillen verzichten müssen. Fisching Teckel Max hat auch Modelle wie diese beiden zum Beispiel, die man über seiner normalen Sehbrille tragen kann. Ich persönlich nutze privat auch diese Brille zum Raubfischangeln, zum Forellenangeln im Bach und auch zum Friedfischangeln. Sie begleitet mich stets und ständig. Die unterschiedlich farbigen Gläser sind den Wetterverhältnissen angepasst. Dennoch sollte jeder sein Modell finden. Und nun kommen wir zum Gewinnspiel. Und unter allen Teilnehmern, die unsere Seite geliked haben, egal ob YouTube, Instagram oder Facebook, und jetzt einen Angelfreund oder eine Angelfreundin in den Kommentaren zu diesem Video markieren, verlosen wir diese tolle Polarisationsbrille. Viel Glück! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!